Moin moin liebe Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Christian und ich stelle euch heute für unseren YouTube-Kanal der Modbox einen Trailer vor, einen Tieflader vor und zwar den Trailer King 50 LP. Ihr seht ihn hier schon vor mir, konfiguriert. Wir gehen mal in den Shop unter Tieflader. Da seht ihr schon 50 LP für 25.000 Euro in der Anschaffung. Wenn wir reingehen, ihr seht, man kann nicht viel konfigurieren. Einmal die Felgenfarbe, das ist ja klar, in der Standardfarbe. Oder halt die Hauptfarbe, wie man möchte, das kann man halt konfigurieren mit so einem hartartigen Holzboden. Sieht ganz schick aus. Und halt die Reifenbahne Standard. Standard 2, also das ist halt nur die Felge im Endeffekt, die sich verändert. Dann erweiterte Rattennarbe, das ist halt alles hier innen drin. Rattennarbe außen. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen. So, hier steht das coole Stück. Bei der Tief muss man wirklich sagen, passt es. Es gibt nichts zu meckern. Ich teste diesen hier auf dem Einzelspieler-Spielstand. Ist lockfehlerfrei. Hat auch eine besagte Kurve. Wir koppeln ihn einfach mal an. Dazu soll ich mich nicht lupen lassen, um ein paar Centrailer LKW zu besorgen. So. Jetzt fahren wir mal rückwärts ran an das Ganze. Und was ihr jetzt seht, ist, er packt ein wenig, also er zieht den LKW mit hoch. Seht ihr das? Ist ein bisschen schade. Aber die Verbindungen sind da, also sprich, die Verkabelung ist da. Hinten. Wir gehen mal rüber, vielleicht hört man es dann. Es hat halt ein eigenes Sound. So, das heißt, ihr könnt jetzt quasi da eure Fahrzeuge draufstellen. Ähm, oder halt auch Paletten oder Holz, oder je nachdem, was ihr möchtet, Spanngebote sind da, sind nutzbar. Also ihr könnt halt auch fixieren, die Sachen, die ihr mitnehmen möchtet. Ja, mehr gibt es zu diesem, ähm, Trailer eigentlich gar nicht zu sagen. Ne? Also, außer, dass, wenn es euch gefallen hat, ne, lasst gerne einen Daumen da. Gerne auch kommentieren, was euch nicht gefallen hat. Oder wenn ihr Verbesserungsvorstellet, immer raus damit. Wir freuen uns über jegliches Feedback, was wir in der Modbox bekommen. Das, ähm, Abonnieren des Kanals, nicht vergessen, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt, was neue Mods anbelangt. Und somit unterstützt ihr uns natürlich auch so ein bisschen in unserer Arbeit. Also, wenn es euch gefallen hat, Daumen da lassen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Ich bin raus, euer Christian. Ciao.